es ist zurück zu einer neuen folge karl unterstrike global offensive mit den vollidioten hallo dafür dass wir so eine serie draus machen die also wo wir ranked spiele zusammen machen wir machen gerade ranked spiel das letzte wahrscheinlich heute je nachdem wer hat mich abgehalten als er habe ich gerade durch ihren rauch durchgefickt läuft bei dem um als erschienen war ich war ineinander also ich bin einfach ich habe den aber nicht bemerkt ficken wir uns gerade weg oder was ja ja ein bisschen hart aber ist ja nicht der error ich will mit dem euro spielen erstmal erraten loll loll ist weg loll loll unten ist einer am eingang bei den doppeltüren loll loll ich habe kein geld mehr hat man sich in der aufwärmphase immer geld ja ja ne nein loll von hinten alter ich glaube diese runde werden wir richtig hart zerpflückt loll mit einem schuss willst du mich eigentlich verarschen die runde werden wir richtig hart zerpflückt wollen wir schon mal aufgeben nr steckt fest alter ja ich auch guck mal ich bin aufeinander hihihi 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 so wo gehen wir lang weiß ich nicht ähm Tim wir gehen äh Kadaz Kadaz ok was jetzt 2 geht A lang Tim und ich gehen wer hat dich jetzt gemessert boah Daniel ich nicht ausnahmsweise boah Daniel ich bin mal ja im Chat nicht jetzt gehts los ich meister dich jetzt auch ich hab dich abgeschossen ich meister dich jetzt auch komm her ich geh weg von mir ich geh weg so das reicht so ich hab ich eigentlich meine zweiten waffe schließen ich schießt automatisch also einmal links einmal rechts einmal links einmal rechts so ich mal ausprobieren warte links rechts jungs 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 rechts ja ist mir schon klar wo die sind einer ist ja einfach what the fuck hey entweder hat der gelegt oder keine Ahnung hast du dich durchmachen lassen was bist du für mich ja bei mir grad einfach die spawned spawned jaaa fuck wo sind denn die alle sie bleiben vielleicht keine Ahnung ich bin der am Anfang Daniel abstechen Daniel ist tot nein guck mal alter was sind denn das für Alter was ist das denn für übelste Noobs ey ja es ist erstmal Leute die besser sind als einer als Noobs bezeichnen wo chattet man denn ihr verdammt auch da ach ja so boah er ich will wieder meine cz kann man eine cz kaufen nö boah dani hast mich grade boah dani da auch mit der scheiße ich hab ihm zweimal gemessert da also wo kommt die denn alle her Ich bin tot. Aber ich hab Daniel vorher noch gemessert, wie sie das gehört. Ja, sag doch wo die sind. Ja, alle seien ab. Und zwar alle. Der ist doch von hinten. Der Rose ist ja auch, Alter. Also zwei Schlick konnte ich grad schon wegholen. Alter, Mischo. Ja, Mischo. Mischi. Erstmal reinrushen. Warte, Mischo ist in der AK aufgehoben. Ja. Was für eine Waffe willst du? Ähm, ist mir eigentlich egal. Soll ich den einen 4 holen? Ähm, ne, warte. Kauf mir die, die Auge. Boah, Daniel. Jetzt reicht's aber langsam. Danke. Nein, nein. Okay. Warte, ich lass dich jetzt. Warte, ich lass dich jetzt. Lass dich, Leute. Nee, mir ist das scheißegal. Wenn der einmal messer muss am Anfang der Runde. So. Halt jetzt beide auf. Lass mich verarschen. Fluch, ich töte dich gleich. Ja, track mich doch. Ich bin hier nicht. Ich will aber nicht gebannt werden. Ah ja. Was ist denn dein Problem? Äh, A kurz. A kurz. A kurz. A kurz? Wo ist denn A kurz? Achso. Eben Double Dose. Ja, ja, ich weiß schon. Halt auch jetzt hin, ne? LOL, willst du dich verarschen? Ich bin noch langsam gelaufen. Warum hab ich da... Ich hab doch ein besseres Dings zum Schießen, oder nicht? Ja. Was ist das so für eine Scheiße? Eben besser. Boah. Boah. Ich war voll drauf. LOL, Alter. Ich zuck gleich, Alter, 4, ey. Ja, Alter. Mir egal, wie lange die Strafe ist, dann spiel ich das Spiel halt nie wieder. Meine Fresse. Boah, Michael, bist du blöd, oder was? Meine Fresse. Und warum rennst du mit der LP9 rum, Daniel? Du bist so scheiße. Hey, sag mal, was ich sonst machen soll, Flo. Ja, mit einer gescheiten Waffe rumrennen. Ja, ich kann... Ich hätte kein Geld. Gib mir doch Geld. Nee. Messer dich nochmal, das weißt du. 5-7, oder... Was ist das denn hier? Ne, ich nehm diese Autopistole da. Jungs, ihr müsst mich jetzt kurz decken. Ich hab ne Arbeit gekauft. Leute! Hahaha. Hahaha. Ja. Hahaha. Ja, geile Deckung, ne? Ja. Ja. Was ist dein Wille da tun? Wurde es dir abgeschossen. Nicht unsere Schuld. Heißt, hm. Bin ich jetzt alleine, B? Dies Flo! Hab ich. Mein Flo, dies Flo, dies Vollauto, ne? Weiß ich nicht, was es ist. Die ist Vollauto. Da stand Auto drauf. Ja, ja. ZZ Auto. Ja, wenn Auto drin ist, draufsteht, dann muss auch Auto drin sein. Nein, das... Das Ding ist... Warum wollte ich Auto fahren? Ich hab das doch nur klein. Zum Autofahren. Ja, ich mach jetzt Führerschein. Lein. Verarschen. Wolltest du... Wolltest du hier die Auto fahren? Ich hab ne AK. Wo hab ich die denn jetzt? Ja, hast du grad... Und wo hab ich die gelegt? Ah, oder? Ich... Ich weiß nicht, Alter. Ja, ist einer. Bin tot. Und wer gestern flogen? Ja, Tim, er... Warum bin ich letzter? Das ist unfair. Ich glaub, warum bist du bei A? Weißt du? Glaubst? Ja, da waren sie. Da haben sie verteidigt. Also muss ja wohl bei A sein. Ja, Tim, A. Alter, oh, Tim. Timber Styler. Alter! Alter! Voll Hardcore. Können wir bitte aufhören? Was? Mit spielen. Nein. Wieso nicht? Ich möchte aber... Weil das grade Ranked ist? Ja, uns doch egal. Boah, Daniel! Jetzt gibts aber auf die Fresse! Daniel, lass es, Alter. Hilfe! Tim, Hilfe! Ne, an mich, du bist das. Mich, Hilfe! Bleib hier! Bleib hier! Deine Eigenverschulden, also! Da folgt mir einfach, lol! Alter, Flo, erschreck dich mal nicht bitte so hart! Ja, was denn? Ich muss halt auf dich schießen, bis du selber... Granade! Der hat mich weggemacht. Hab ich gesehen. Hm. Dann mach du ihn jetzt auch weg. Ich schau jetzt alle Daniel zu, damit wir gucken können wir scheiße, der auch ist. Ja, lass ruhig Micholo vorlaufen. Boah, Daniel bist du scheiße! Ja, ich hab den abgelenkt. Boah, Micholo bist du scheiße! Mein Fresse! Du! Du willst mir was sagen! Ich möchte nicht mal grad dran erinnern! 0, 5! Ja, ich... Ich... Ich mag das Spiel nicht irgendwie gerade. Ich lief jetzt! Alter, Föder! Guck mal, was du in der Hand hab! Das liegt daran, dass du schlecht bist! Ich bin nicht schlecht! Guck mal, was ich in meiner Hand hab! Äh, Flo, ich möchte dich noch mal dran erinnern! Wenn ich nicht mal one-hitted bin ich besser als du! Na, komm! Rechtsklick! Kleine Rechtsklick! Da willst du doch auch! Kinder für das Sinn, Daniel! Nochmal... Nochmal Bullshit! Daniel, du warst eben bisschen geflasht! Dann Vote kicken wir! A! Jungs, A! Okay! A! A oben! A kurz! A kurz! Okay, ich komm! Ich komme! Und A... Leute, Alter! Alter! Alle A! Wie viele sind da? Ja, volle! Hab ich dir gesagt! Alle! Stell dir vor! Tim, die sind... Ähm... Einer ist A kurz! Da sehen wir Florian Herrmann! Die restlichen sind A lang! Da sehen wir immer noch Florian Herrmann! Er wechselt seine Waffe! Und noch einmal! Boah! Er läuft! Er läuft! Er läuft! Oh mein Gott! Er steht! Okay, er läuft weiter! Er sieht ein Gegend! Wird sich verarschen! Boah! Ich lief jetzt gar echt! Ja, Flo, weißt du, aufpassen! Links, rechts! Florian, lass mal LOL spielen! Okay! Lief mal! Er lief jetzt nicht wirklich, oder? Er hat nicht mal LOL! Toll! Ich musste nur alter 4 drücken! Das kann ja jeder! Tim, was wollt ihr machen, wenn ich ein paar Scheiße mache? Warte mal! Wie kann ich immer ein Boot kicken? Sag ich dir nicht! Das sagen wir dir jetzt aus Prinzip nicht! Echt mal! Ich hab jetzt auch alle Tassen, die ich hab! Ich hab mir jetzt keinen Kevler gekauft! Green Shot! Äh, Gmx hinten würde ich nicht! Boah! Hinter uns, verdammte fucking Hurenscheiße! Ey Flo, schau mal mir mal zu! Wir sind bei B! Flo, schau mir mal zu! Warte, ja! Ja! Das ist 100%ig, das ist ein Team, Alter! Warum hab ich den weggeholt? Wir sind doch auch ein Team, Alter! Ja, aber trotzdem! Ja, was ein geiles Team sind wir bitte! Daniel greift Flo die ganze Zeit an! Flo greift Daniel die ganze Zeit an! Ne, das stimmt ja so nicht! Ich muss mich ja rächen! Musst du nicht! Natürlich! Machst du das nur die ganze Zeit! Ich kann das ja nicht auf mich sitzen lassen! Alter! Alter Mischo, du bist voll in der Fotze! Warum? Du hast ihn seit ungefähr 5 Minuten beobachtet, du Vollidiot! Echt? Ja! Nein! Ich hab's auf Video, ja? Ich hab den nicht gesehen! Ja, mindestens 2 Minuten hast du den schon gesehen! Wir haben hier reingeflasht! Loll! Alter, du kommst denn jetzt bitte her! Loll! Von zwei Seiten! Weißt du Daniel? Dahinten stehen die Gegner! Was macht Daniel? Er rennt erstmal voll in das Schussfeld der Gegner rein! Tut mir leid, ich hab den anderen nicht gesehen, Mischo! Ich messer dich ja auch gleich! Ne, warte, du bist ein Mischo! Ich darf dich nicht messern! Nein! Wie gesagt, wenn du messest, dann kriegen wir dich! Geht das? Ich drück jetzt wieder auf alle Tasten! Ich weiß, wie es geht! Hmhm! Ich bring deinen Lass rüber geflasht! Lass dich bitte einfach ohne Scheiße! Ich hab diesmal rüber geflasht, ne? Ich will erst wissen, wie man das macht, dann hör ich auf damit! Nein, das wirst du aber nie erfahren! Wir sind A! Ja! Das erklärt, warum bei B niemand ist, ne? Es sind alle A, weil bei B ist keine Sau! Ja, natürlich! Mal alle A lang! Ja, nicht unbedingt A lang, aber... Mal alle A! Alter! Der hat doch Hacks! Alter! Weißt du, der gibt mir einfach Direct Header! Ich steh auf! Direct Header, Alter! Geht doch nicht klar, ey! Ey, das sind einfach zu viele! Ja, weil die anderen Mongos aus dem Team nix machen! Jetzt liegt alles an mir, oder was? Nein, an dir und Daniel! Daniel ist tot! Ich bin tot! Du bist hier am Akas und du willst da mit einer Pistole ankreuzen! Wie? Mit einem Treffer? Du willst dich verarschen? Ach, das ist die AWP! Ja! Immer schön ruhig bleiben, Jungs! Ah, ich weiß, wie es geht! Okay! Okay, dann kann ich hier das Wort kicken! So! Jetzt habe ich eine Waffe, jetzt geht! Sportanier! Was denn? Was ist denn? Alter, das stimmt ja auch, der Flo! Was? Oh! Ups! Ja, Fick! Was ist denn? Wie ihr es gleich weiß, vor allem! Wer wüsste ich auch! Also, bei B sind mindestens zwei! B lang! Ja, die Nutte steht da schon wieder! Äh, G! Die Nutte steht da! Loll! 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 Alter, ich hab dem Drei-Händer gegeben! Loll! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Bei B von hinten! Von überall! Kann man surrendern! Die sind B! Die sind B! Die sind alle B! Achso, die sind alle drin! Ja! Von, Alter! Leute, sag ich mal genug Geld, um deine Fabas zu kaufen! Fucking Huren-Scheiße! Dann kaufe ich mir jetzt die SSG 08! Fucking Hure! Ja, weißt du? Das kommt halt davon... Das kommt halt davon, wenn man nichts macht! Ich mach doch was! Aber ich bin scheiße in dem Spiel! Durch die Map laufen und sterben! Ich bin scheiße in dem Spiel! Wir lassen gleich alle Battlefield 3 spielen! Okay! Ich hab einen Händel dran! Bitte! Dann freu's dir! Bist du scheiße, Tim ey! So, bei B kommt niemand, weil den hätte ich weggesnipert! Sind alle A! Ja! Bei B ist einer! Bei B kommt keiner! Danke Flo! Bitteschön! B kommt keiner! Danke! Also im B-Haus steht niemand drin, sagen wir mal so! Wo war der draußen? Loll! Tim, deine Hurensohn steht schon wieder hinten! Oh! Ja, du hast grad zu tun! Boah! Alter! Da müssen jetzt einmal... Flo ist schon wieder der letzte Überlebende! Och ne! Ey! Wir müssen jetzt einmal richtig zerpflücken! Dann passt das! Ja, das Spiel... Das Spiel ist gut für mich! Ich bin fort... Ich bin, äh, ein Fort Flo! Wo wurde die geplantet? Bei A? Ja! Okay! Boah, Alter! Weißt du, jeder wird einfach da sofort... Oh mein Gott! Alter Flo! Alter Flo! Oh mein Gott! Wie hat der mich denn jetzt weggemacht? Alter Flo, bist du scheiße! Was ist denn? Alter... Was ist denn? Erstmal drei Kilometer daneben schießen! Ja, kann ich da nichts für! Was ist das Waffensetting hier? Ja, das kann! Ich weiß ja nicht, wo du Gegner siehst, aber ich glaube nicht, dass die Mitten an der Wand hängen! Ja, was kann ich denn dafür, wenn hier alles so schnell verzieht? 6.5 Meter! So ca. 5 Meter! So ca. 5 Meter! Scheiße, war da schlecht! Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn hier alles verzieht! Ja, genau! Okay! Die Waffen verzieht! LOL! Alle B! Alle B! Alle B! Alle B-Gang! Alle B-Gang! Alle B-Gang! Drei B-Gang! Drei waren's! Boah, war das... Ein Sniper und zwei mit normalen Waffen! Mindestens! Ich muss mir die Folge nochmal anschauen! Ja, komm! Diese Folge wird nicht hochgeladen! Doch, auf Privat! Okay! Nein! Pfff! Okay, nein! Hä? Ganz vergessen, wir haben verloren! Boah, Slot! Verarschen! Alter! Also Michu, ich weiß ja nicht, wo du Gegner siehst, ja? Aber da wo der stand, hast du dich getroffen, würde ich mal sagen, ne? Ääh! Ich hab den sogar, ääh, mehr getroffen als du letzte Runde! Fick you! Fick you! Fick you! Vor allem Michu, du hast sogar wirklich zwei Schüsse getroffen! Ja! In den Fuß! Ich hab drei... Ich hab drei rausgehauen! Boah, Daniel, du Hure! Da! Da! Alex, ab! Weh oder... Den, ääh, Scheuer dazu, Spider zu dritt hin, die T-Spot campen mit der Drecks-Arve rüber! Florianus ist drauf ne und Tim fickt mich immer noch ALTERM ARSCH Ja ne LOL Alter Daniel Du hast das echt nicht so drauf Ja tut mir leid, dass ich nicht so gut in dem bin wie du Ich mein, aber der Flo ist schon wieder der letzte über Ne, ne, da haben wir noch einen Wir haben Chancen Ja Und Flo ist weg Oh Mann alter Alter Ich bin auch noch dafür, dass der Hesboy einfach Hacks hat Vor allem Ich muss die einfach nur gut sind Vor allem das, das, das leckt ja hier auch Die Gegner, die springen ab und immer hin und her Ja genau Weißt du Flo, weißt du wie die das machen? Mit der Leertaste Die lecken mit der Leertaste Aha, ok Die lecken Nein, die springen aber hin und her mit der Leertaste Ja, aber lecken nach links und rechts tun sie nicht mit der Leertaste Doch Ah ok Kennst du A und D? Aber nicht LEGEN Doch Ja genau Zwei Zwei Meter Zwei Meter Zwei Meter Sofort in, 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 äh Hyperschallgeschwindigkeit schaffen sie Dann lecken die nur bei dir, weil bei mir lecken die Null ohne Scheu Dann der leckt die auch nicht Ich hab ne Kack Telekomleitung Alle A Aber ein von den Zuschauern Doch echt nicht mehr nochmal was mit denen da abgeht Leute, ich bin schon Hattest du nicht kurz früher schießen können, dann hätte ich überlebt Ja, hab ich doch, ich hab den auch noch voll getroffen Aber irgendwie ist der nicht drauf gegangen Immerhin, immerhin, ich hab immer noch drei Punkte mehr als Flo Lol Ja, das ist doch Es ist keine Bombe gelegt, du Vollidiot Klar Ne, das war noch von der Werbung gezeigt Echt nein Good Job Flo Good Job Good Job Und tot Boah, dieser Hurensohn, ey Alter Hab, hab ich nicht gesagt Hab ich den 99 Schaden gemacht, der Hure Und dann fällt der Ruf Boah Und das Game ist voller Kuh Ich finde es voll scheiße Ja Flo Ich schau dann nachher die Americans weiter Ne, du spielst dein Battlefield Mit Mischo und mir Ne, ohne Tim ist langweilig Ich hab kein Battlefield Hast du Battlefield, oder? Ne, hat das nicht Tja, Daniel, ich hab noch 70 live Ich hab gar nichts gemacht Achso Und wer dann? Daniel? Mach für drei für deinen Team Kameran an 4 gelüpfen Ne, ich hab den anderen da 3B, 3B mit Sturmgewehren, 4B, einer mit Sniper Ich hab den Reusiau angegriffen 4B, einer mit Sniper, 3 mit Sturmgewehren Hör auf irgendwen anzugreifen Das ist einfach scheiße Ey, der Ose Autor hab ich da angegriffen Ja, der hat mich angegriffen Scheiße, lass es einfach Boah, ich schwitze so hammerhart, ey Jetzt sind wir ja gleich Terroristen, dann machen wir das besser Ach, Tim Lol, Tim, Daniel, Mischo Am Arsch Alter, was? Komm Das geht doch nicht klar, Alter Boah Ja, Daniel, toll Daniel Ich bin dafür, dass sie den rauswerfen Ja, was soll ich denn sonst machen, Mann? Erkennen wir was, was er sonst machen soll Mischo Hm, vielleicht die Gegner töten Ja, okay Wär vielleicht ne Idee, ne? Jetzt weiß ich, wie soll ich immer so schnell draufgehe, ich koch mir die Kevlar Irgendwann töte ich dich Flo in dieser Runde, weiß ich das ganz genau Ich schrotze dich weg, ich verspreche es dir Leute, bewegt dich doch, Mann Erstmal die Flash voll daneben werfen Hab ich gemerkt Was bewegt dich? Ich bewegt mich Alter Ach du, wir kriegen ne Flash Loll Oh, mit Reckling noch mal die nach unten, die Nades Die Bombe liegt bei B Loll hinter uns, hinten hinten von Von B Von B B oben, B oben Die Oben Durchbruch Mauer Ach, ihr seid alle tot Okay Ne, Tim lebt noch Äh Tim ist im Rauch Verschäumten Tim Tim hat zu stark gekifft Ich hab gehört, wir spielen gleich Battlefield Warte, Tim, ich fahre das Arabische vor Tim Ra da o o o o o o Halio Alter, wir können das theoretisch noch gewinnen Hallo Wie denn? Können wir jetzt den nächsten Runden gewinnen? Ja Wir sind jetzt dann gleich Terroristen Wir sind jetzt alle Runden gewinnen Nein, müssen wir nicht Doch 1,14 Boah Daniel, du bist so scheiße, ne? Das heißt, wir müssen nur noch 14 gewinnen, dann steht's Loll, ich hab die Bombe Das war die seltenste Idee ever Aber Aber die Glocke ist geil, weil da kann man nämlich Feuerstoß einstellen So Ja, weil du sonst nicht kompetent bist, ne? Ja, ne, das ist einfach geil, weil du da viel mehr auf Entfernung gehen kannst So Wo geh mal lang Alle B, okay Du schau mal zu mir Ich seh's Daniel, ich bin nicht blöd Oh, ne, öh Ich hab die Bombe, ich muss jetzt hier konzentriert spielen Kann ich die Bombe haben? Nein Alter Komm, Alter, der hackt doch Da hackt gar keiner, Micho Alter, weißt der, wenn der direkt um die Ecke gejumped kommt Ey, ganz ehrlich, Micho heul jetzt nicht rum Die spielen einfach gut Loll Boah Ja, toll Ja, gut, wenn wir solche Im Team haben Ich guck mal auf seinem Steam Profil, wieviel Stunden der hat Der hat Ja, Micho, du glaubst ja dieser Headboy Hack, ne? Mal, nicht der Doch, hast du vorhin gesagt Der hat 770 Stunden Counter Strike Was ist das für ein Suchti? Das ist die letzte Runde, oder? Der Branded hat Die letzte Runde, bist du behindert? Wir haben noch 15 Runden vor uns, du Vollidiot Ja, der hat 10 Der 10 Der 10 Naruto hat Ja, das ist Match Point Der hat 175 Doch, das ist Match Point Wo steht das? Es stand doch da grad das Match Point Wir haben doch 30 Runden zu spielen, dann kann das jetzt nicht Match Point sein Doch, das stand doch Das ist best of, äh, Flo, das ist best of 30 Das heißt, wenn die 16 gewinnen, haben die gewonnen Lol Jetzt wollte ich Florian töten Einer kommt B durch A Ja Lol Hahaha 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 So, wir haben verloren Alle Lappen, alle Nice Daniel hat was bekommen Ja, ich hab was bekommen Ihr seid so schlecht, Alter Daniel Ey, wer war nochmal deine Daniel verkauft Ja, geht weg, die arabische Kinder Echt? Geht weg, die arabischen Kinder Ja, geht weg, die chinesischen Reispflücke, Alter Hahaha Israel, Israel Hahaha Eins, nee, Item Alter, geil Hahaha Ich hab ein Rest am Spiel gewonnen Kann ich das noch verkaufen, oder? Kann ich das auch irgendwie öffnen? Open Cool, ich hab so'n Ich hab gar nichts bekommen Ich auch nicht Ja, du musst einen Schlüssel kaufen, um das aufzumachen 1,79 Euro kostet der WTF Weißt du, ne? Ich hab, äh Du weißt, ich hab grad die Pippe, äh Bison da bekommen Ja Ich, äh, bekomm die nicht in meinem Steam Inventar angezeigt Ja 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 In der drücke Fünf Loej Kippe Outro